Ich traue dir durchaus zu, die Prüfung zu schaffen. Du musst es dir nur fest vornehmen. Und du wirst mit Sicherheit ein Ritter werden. Die alte Welt verliert an Kraft. Und das Feuer, das wir hier wieder neu entfachen, wird alles zerstören, was bis dahin geblieben ist. Nimm diesen Brief und bring ihn, König Favian. Die Zukunft des gesamten Königreichs hängt davon ab. Tausende müssen sterben. Wie willst du den Brief zum König bringen? Glaubst du, da kann jeder kommen und sagen, er will mit dem mächtigsten Mann der Welt reden? Wir halten immer zusammen. Ich behalte den Brief und du reitest das Pferd. Riss sie nicht, dein Gold, Schatz. Geh schon. Finde diesen Jungen und vernichte jeden, der dir dabei im Weg steht. Wir entkommen ihn nicht. Das wird nie klappen. Es wird klappen. Denk daran, wir haben sie. Sie ist der skrupelloseste Abschau überhaupt. Ich meine das im Positiven. Dann liegt es an uns, dafür zu sorgen, dass sich etwas ändert. Sag mir, wo der Brief ist. Und wir können alle Unannehmlichkeiten beenden. Will irgendjemand in den drei Königreichen dich nicht tot sehen? Vom allerersten Moment an habe ich die Kraft in dir wahrgenommen. Was für Kräfte soll dieser Knirps denn haben? Los! Menschen werden sterben, wenn wir es nicht verhindern. Na los! Wen auch immer sie schicken, ich werde diesen Brief ausliefern. Stop! Oder bei dem Versuch sterben. Versuch sterben. Versuch sterben. Versuch sterben. Versuch sterben. Versuch sterben. Versuch sterben.